So, da ist er mit der Startnummer 3, der Führende nach WP5, Fritz Köhler, Peter Häckele, BMW M3 vom HMC Oehringen. Und danach Startnummer 4, Platz 2 nach WP5, Rudolf Reindel, Michael Erle. 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 Und dann ist die Schöne Schütze in Beide. WP5, Rudolf Reindel, Michael Erle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020